Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich habe mir noch ein bisschen was überlegt, wie das jetzt hier weitergeht, weil wir brauchen ja sozusagen noch eine Möglichkeit, dass wir noch sozusagen die Verarbeitung reinmachen. Ich habe jetzt erst gedacht, ich mache hier so kleine Häufchen daneben. Jetzt ist mir aber, habe ich gerade eine Menge hier rumgespielt, für mich selber mal überlegt, wie man das machen könnte. Also meine Aufbauten werden so sein. Das heißt also da, wo momentan die Erde ist, da kommen die Maschinen hin. Die Maschinen werden komplett hoch, wie der Raum auch ist. Das habe ich für mich schon mal so entschieden. Das heißt also hier wird auf jeden Fall alles zugemauert. Dann habe ich hier meinen Bereich, das heißt ich habe hier eine Nische, ich kann hier reinlaufen, kann auch hier rumwerkeln, habe dann vierer Bereich. Das habe ich zweimal, einmal links und einmal rechts. Das heißt hier drin wird definitiv destilliertes Wasser hergestellt. Wenn ich merken sollte, dass LV nicht mehr reicht mit den 4, 8, 12, 24 Stück, kann ich es immer noch auf MV und irgendwann auf HV hochschrauben. Glaube ich aber nicht. Und wie gesagt, und wenn doch, kann ich immer noch unter das Gebäude gehen, also sozusagen unter die nächste Ebene und dann sagen, okay, ich mache das dann da. Aber ich glaube nicht, dass wir das hoffentlich brauchen. Weil wenn ich das dann doch brauche, dass ich so viel Ohrwasher habe, dass ich mit dem Wasser nicht produzieren, nicht mehr hinterher komme, habe ich andere Probleme. Weil ich möchte nicht wissen, wie viel Ohrwasher das dann unterwegs sind. Okay. So, also das heißt, wir haben schon, das ist der Bereich 1. Dann können wir jetzt schon mal hingehen, Beauty Cobblestone und das da alles soweit schon mal vorbereiten zum Einfassen. Okay, dann gehst du auf jeden Fall auch weiter. Genau, dann bleibst du offen, weil da kommt der Weg hin und dann haben wir den Bereich. Das ist Teil 1. So, dann haben wir noch mal einen Teil 2. Wie gesagt, das ist jetzt sozusagen, es könnte ja noch was kommen. Also das heißt, ich habe hier Salzwasser und habe hier destilliertes Wasser. Wenn ich jetzt mal bei Holy Water oder whatever, ich weiß ja nicht, was es noch an Wasserverarbeitungssachen gibt, wobei das kann eigentlich mehr in die Kirche dann Holy Water. Heiliges Wasser. Wäre schon komisch, wenn man im Wasserwerk heiliges Wasser produzieren könnte, aber alles möglich. Ja, dann hätten wir sozusagen nochmal eine Nische. Das heißt, hätte ich 2, wo sogar mit destillierten Wasser machen kann und vielleicht sogar hier drüben dann noch eine dritte. Wer weiß. So, dann haben wir schon mal auf jeden Fall das da schon mal fertig. Und wir ziehen es durch. Soll ich noch Kappels einstecken? Nein, dann gehen wir mal, wenn wir hier holen. Mit dem Dach, ähm, ja, bin ich immer noch beim Rätseln. Aber ich habe jetzt schon ein Beispiel für die Außenfassade. Ist mir jetzt gerade nochmal was eingefallen. Das vielleicht so einem Wasserwerk. Weil wie gesagt, jetzt werden auch bei mir die, äh, die, die, die Gebäude etwas futuristischer. Das ist auf jeden Fall soweit in Ordnung. Das heißt, ich habe jetzt schon mal hier den Bereich. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal hier 2 rausgehen. Ich mache das hier mal weg. Was ich mir da einfallen lasse unten, dass das cool ausschaut, weiß ich noch nicht. Aber ich habe das mal vor. Das wird vielleicht die Überraschung. Ich verrate noch nicht, was ich da vor. Hoffe, dass ich es mir dann irgendwann selber verrate. Aber Oh, ich muss schon wieder futtern. Ja, Baustelle, Bauarbeiter müssen viel essen. Okay. So, dann haben wir auf jeden Fall den Bereich. Das heißt aber, wenn ich jetzt dann hier um 2 nach vorne gegangen bin, gehe ich wenigstens bei denen auch um 1 nach vorne. Und das ist nicht ganz eine Kloschüssel ist. Wir haben hier 2. Wir haben hier 2. Wir haben hier 3. So, das heißt, das wird jetzt die Mittelhalle und die Mittelhalle geht nicht weiter als bis daher. Ihr sagt, ich bin noch nicht... Ja, ich hoffe, dass das gut ausschaut. Also, muss ich halt testen. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier die Halle. Ab dann hier jetzt... Es wird sozusagen, da hinten ist die Halle etwas weiter weg. Hier ist die Halle etwas näher... Also, da ist die Tür weiter draußen. Aber die Halle weiter hinten. Hier ist es umgekehrt. So, dann kann ich hier jetzt schon mal auf jeden Fall anfangen, das alles mal wegzubuddeln. Weil da gehen wir ja dann bis zu unserem Randstein. So, dann kommt das auch weg. Das hätte ich nicht weg, ich soll es. Dann baue ich mal schnell eine Erde. Und zumachen. Nö, hätte ich gar nicht gebraucht. Dann machen wir alles wieder auf. So, dann habe ich jetzt ein paar Steinchen. Ein paar Steinchen mache ich gleich zu Stonebricks, dass ich das auf jeden Fall gleich komplett mitmache. Ich bin gerade beim Überlegen, dass ich es nicht jetzt komplett übertreibe. Ja, ich weiß. Ich übertreibe nicht. Kann auch sein, dass die Dimensionen von dem Gebäude gerade schon viel zu groß sind. Kann auch sein, dass es viel zu klein ist. Fragungswerte habe ich da noch keine. So, dann machen wir mal jetzt erstmal Duster fertig. Dann habe ich hier auf jeden Fall noch eine Crafting Station. Ich stelle mir hier auch mal mit hin. Und ich nehme mal die Dolly und schaue mal, ob der Tank da hinten leer ist. Nein. Dann mach mal. Und ich gehe mal da rein und schaue mal, wie voll das meine Öfen sind. War schon ewig nicht mehr drin. Die sind leer. Aber die sind immer noch voll Dampf. Sehr schön. Das heißt, ich lasse das Zeug mal weiterarbeiten. Da haben wir Redstone. Bei dem Zeug kann ich momentan nicht genug haben. Und was ich aus dem Zeug machen kann, weiter noch nicht. Da bin ich jetzt sogar... Nein, das werde ich sogar so machen. Das packe ich sogar mal da hinten hin. Weil ich noch nicht weiß, ob ich es gebrauchen kann. Sondern haben wir hier Lazerid. Mal weg. Hole ist auch weg. Zeolit. Diamond Ohr kann auch noch weg. So, noch haben wir hier Redstone. Und da andere wird Tetradhydrid und Zeolit. Genau. Können wir zwei schon mal wieder arbeiten. Ich lege aber momentan mal noch nicht Kohle nach. Es wird er wohl hoffentlich... Ja, wenn man rauskommt, schaut es schon cool aus. Also wie gesagt, ihr müsst ihr euch ja vorstellen, dass hier dieses T-Stück da... Oder Tetris Stück. wird sich auf jeden Fall ja auch noch verändern. Das heißt, da wird es zwar auch ein Craftinghaus sein, aber es wird viel kleiner sein und auch viel angepasster. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal den Bereich hier. Huge Cobblestone. Das ist jetzt der, das ist der falsche. Das heißt, ich brauche jetzt erst mal den da. Und dann ziehen wir den jetzt schon mal geradeaus weiter. Und ich ver... arbeite mal den Rest. So, dann geht das jetzt auf jeden Fall hier hin. Ob das noch zugemauert wird oder nicht, das ist auch das, was ich erst weiß, wenn ich alles fertig habe. Auf jeden Fall weiß ich, dass da auf jeden Fall auch was zum Leuchten reinkommt. Aber wie ich das genau mache, weil ja noch nicht. Ich möchte die eventuell zum ersten Mal mit Microblocks arbeiten. Das heißt, noch mehr Lecks verursachen. Aber wie gesagt, wenn man es glaube ich nicht übertreibt, dann glaube ich geht es. Ich meine jetzt nicht übertreiben mit Gebäuden, sondern übertreiben mit, ihr wisst schon. Mit mit den Blöcken. So, auf jeden Fall geht es schon mal da nach oben und da nach oben. Wenn man nach drüben und ziehen auch mal hier die Linie entlang. Mir. Danke. Da brauchen wir jetzt noch eine. Es wird auf jeden Fall lustig, das Glas irgendwann zu produzieren, damit ich alles so hinkriege, wie es braucht. Ich werde es aber erst mal so machen, dass ich das Glas dann so reinbaue, dass man einfach nicht von draußen reinlaufen kann, wenn am, ja, wenn dann oben Mut zur Lücke ist, dann habe ich halt Pech gehabt, wenn da jetzt eine Spinne meint, die muss reingrabbeln. Explosive Spinnen, glaube ich, gibt es nicht. Wobei Getränke schmeißende Spinnen, glaube ich, gab es. So, das waren es dann auch drei. Richtig, aber auch richtig falsch. Falsch. Okay. Den da weg machen. Auch falsch. Also, das heißt, wir haben jetzt schon mal auf jeden Fall den Bereich hier, dass wir da schon mal ein wenig weiterkommen. So, jetzt ist nur, gerade beim, bin gerade nur beim Überlegen, mache ich jetzt hier einen kleinen Weg rein. Also, das heißt, dass ich jetzt dann hier schon die Treppen ziehe. Okay. Aber ich mache es jetzt mal ganz einfach. Ich, also Treppen brauche ich ja sowieso. Halt, äh, Builders Want, habe ich hier Treppen drin. Und wie? Wenn ich da Treppen drin habe, dann brauche ich mir nämlich keine bauen. Das mal. Wir können mal den kleinen, den kleinen Test machen. Ob mir das reicht. Das ist schon ein wenig artig mickrig bei dem Riesending. Nein. Mach mir nicht so. Auch weg. Dann kommst du auch weg. Du auch. Du kommst auch noch weg. Unteren vergessen. Wir wollen ja jetzt nicht schlampig werden, ne? Mit denen mal nach oben. Hier. Und jetzt bauen wir noch Harbslabs. Die hoffe ich, habe ich schon angefangen. Ich nehme mal sicherheitshalber und steck Steine mit. Mal, ob ich welche habe. Wenn man jetzt 32 Stück schon mal rum. Hab 17 Stück. Das ist ein bisschen alt, wenig. Aber die nehme ich auf jeden Fall mal mit und probier's. Obo, probieren. Ich probiere mal. meinen Schlafsack aus. Und schmeiß mich mal ins Gesicht. Äh, auf den Boden und schlaf. So. Schaut aber schon mal, schaut aber schon mal nicht schlecht aus. Bis jetzt. Also bis jetzt gefällt's mir noch. Das ist ja schon mal, hat er schon mal Vorteile. So. Da ich jetzt das noch nicht weiß, wie ich das da mache, mir fehlt natürlich einer. Hey, Drag Special ist wieder da. Mir fehlt wieder einer. Kämmer irgendwoher. Aus allen anderen LPs. Hat fehlt einer. Aber es fehlt immer was. Wie gesagt, braucht man dem Zeug gar nicht jetzt Tonnen, weil es das Zeug herstellen. Ich hab noch zwei Kisten da. Die stelle ich mir jetzt auf jeden Fall mal auch hier hin. Dass ich mir mal das Zeug, was ich momentan nicht brauche, mal weglege. Okay. Dann mache ich das mal jetzt so. Dann mache ich das hier zu. Und dann brauche ich jetzt sozusagen diesen Stein hier und mache daraus das da. Ich werde das alles wegkriegen. Ich bin auf jeden Fall lustig, das gesamte Innenleben dann irgendwann zu bauen. Wie gesagt, es kommt halt immer jetzt dann peu a peu mehr dazu. Habt ihr auch teilweise geschrieben, dass ihr das halt auch gern haben wollert, dass man halt sozusagen ja, dass den Unterschied zieht. Also dass man mal eine Baufolge hat, mal eine eine, wie heißt es, eine eine Rumlauffolge oder mal eine Kampffolge und dann mal wieder Technikfolge. Und so wird es jetzt auch dann immer wieder sein. Ich schließe natürlich immer ein Projekt ab. das wird auf jeden Fall so sein und so bleiben. Also es kann mal sein, oder es ist halt so dann, dass man jetzt zwei Folgen hat, wie ich dann halt hier das Häuschen baue. Klar, weil wir brauchen ja erstmal die Struktur. Das wichtigste ist ja auch, dass die Struktur dann steht. Und wenn die Struktur steht, muss ich ja nicht gleich wieder an dem Ding arbeiten. Sondern kann er beim nächsten Mal was anders machen. So. Nee, gefällt mir nicht so. Dann machen wir das so. Okay. Oh, hin. Nee. Dann müsste der Weg eigentlich komplett fertig werden. Aber wie gesagt, wenn ich mir nur dran, wenn ich da nur dran denke, was ich da noch an Stein brauche, ne? Ja. Ja. Nicht an Stein. Na, das auch. An Stein brauche ich auch noch. Aber das ist das wenigste Problem. Ein Glas. Was ich hier noch ein Glas brauchen werde. Das wird, äh, ja. Schon mal alleine spannend. So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall das alles so. Habe ich gesagt, da kommt da die Wand, dann kommt das auf jeden Fall auch noch aufgegraben. Kommst du mal da weg, dann kommen wir jetzt Jutsch wieder her. Weil das geht jetzt dann so weiter. Dann machen wir mal bitte auch, äh, noch mal so ein Jutsch draus. Hoffe ich, dass das auf jeden Fall reicht, dass wir das fertig kriegen. Ähm, hm. Hm. Ja, doch. Da weiß ich, was ich reinmache. Ein kleines Wasserbecken rein oder so. Wenn nicht, kann ich es immer noch ändern. Ist jetzt nicht alles in Stein gemeißelt, ne? Okay. So. Das heißt, wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon mal wirklich komplett soweit alles an Linien gezogen. was wir brauchen. Wir haben zwar jetzt noch nicht alles, äh, drin. Und dran und die Lippum. Sondern, aber wir haben, wir haben schon mal das meiste. Okay. Ja, dann mache ich jetzt mal meine andere Idee, die mir gerade so einfällt. Dass ich den nicht habe. und du kommst. Das heißt, wir haben auf jeden Fall hier schon mal so einen kleinen Zugang. Und dann heißt es jetzt für mich hier hinten, ich muss auch noch mal entlangziehen. So, G-Platten fällen wir jetzt momentan nicht ein, dass ich die auch noch brauche. dann kommt hier auf jeden Fall wieder mal ein Pfosten hin. Und hier kommt auch einer hin. Perfekt. Das heißt, die Seite haben wir jetzt definitiv, äh, fertig. Und die Seite haben wir auch äh, fast fertig. So, dann mach mal bitte noch mal rein. Äh, du kommst hier hin. Ja. Alles klar, dann kommst du sozusagen hier hin. Dann wandern wir mal nach oben. Dass wir das da fertig machen. Ne, das muss ja auch so werden. Oh Mann. Ich würde noch eins schaffen, einzusammeln. Dann machen wir jetzt noch die Seite. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay. So, äh, genau. Den Bereich habe ich natürlich total wieder verschlafen. und das selbe Spiel haben wir auch hier. Und das selbe Spiel haben wir auch hier. können wir schon wieder schlafen. Okay, man. Können wir schon wieder schlafen? Sondern alles in einem Ding. Und das dann einfach entlang zieht. Dann ist das ja wohl irgendwann klar, dass das äh, ja. massiv groß werden muss. So, ich habe jetzt natürlich oben die Streben noch nicht gemacht. Die brauche ich auch noch. Steine habe ich gar nicht mal einstecken. Wenn wir nochmal Stein holen. Dann machen wir das auch noch fertig. Hat er schon fast schon auf das Klang. So, uah, jetzt wird es mir beinahe runtergehauen. Dann machen wir das doch, hätte ich gesagt, so. Auch hier. Perfekt. Heißt, wir haben dann so eine Art Dreiergestell nach oben da vorne. Nummer 1 ist fertig. Ich bestimmt ist nur ein Stack mitgenommen. Hab aber es mir nicht reichen. 20 Stück. Naja, wobei, könnten 10 10 sein. Aber mit meinem Glück sind es 11. 1 sind sogar nur 9. Mal, mal nicht zu wenig, sondern ein bisschen was übrig. So, das heißt, wir haben jetzt die komplette Verstrebung fertig. Und zwar für alles. Das heißt, wir haben jetzt dann hier die Verstrebung. Wir haben hier die Doppelverstrebung. Äh, das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall noch die Wand ziehen. Äh, ja, aber ich habe natürlich hier die Verstrebung vergessen. Haben wir, ja, ich habe hier noch White und dann bin ich jetzt das auch noch zu White Stone abänder, müsste ich wieder genügend haben, dass das auch noch funktioniert. Ja, wenn man halt alles vergisst. Da haben wir noch einen liegen, den ich gesagt habe, den hebe ich auf, wenn ich fertig bin. Ich bin fertig. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal schön, dass das Außen, den Außenbereich fertig. Und jetzt nehmen wir uns noch mal schnell drei Stacks davon und wir machen mal da draus den kleinen Stein. Wenigstens zwei Stacks von. Und dann machen wir das hier. Dann machen wir das hier. Und ich mache das wieder rückgängig, weil, schaut scheiße aus. Das ist eine graue Brühe. Die Steine werde ich irgendwann wieder gebrauchen können, aber nicht an dem Gebäude. Das ist fürchterlich. Geben wir mal bitte die da. Und dann machen wir jetzt da draus die... Small Cobblestone Bricks. Das ist jetzt zwar auch Stein, aber ich glaube, eine Farbnose heller. Jawohl. Man merkt sozusagen kleinen, kleinen farblichen Unterschied. Ist nicht massig, aber es erfüllt seinen Zweck. Hier wird es zugemauert. Und das wird auch zugemauert. Da kommt definitiv Glas rein. Da kommt auch Glas rein. Da kommt was anderes rein. Dann haben wir jetzt hier sozusagen Raum Nr. 1. Aber hier wird auf jeden Fall auch gemauert. Weil, ja, da muss nicht schön ausschauen, das sind Maschinen. Aber, ich mache nochmal eine Reihe weg. Weil wir haben hier eine Aussparung drin. Können wir das auch so machen? Ja. Das heißt, wir brauchen mehr Kabels. Mit meinem Glück, weil ich gleich kein Kabel mehr haben, weil ich... Ja, okay, da hinten drauf ist auch noch was. Aber nochmal zwei Stacks. Mauern weiter. So, wir haben auf jeden Fall schon mal tragende Bände. Das ist auch mal was Nutzvolles. Ähm, was Nutzvolles, was Sinnvolles. Das ist auch so. wieder ein stück weg wahnsinn dann lasse ich das auf jeden fall alles mal offen weil das soll ja auch sozusagen von außen einsehbar sein wie gesagt dass hier nicht dann das ja auch nicht passt 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 auch das muss ich auch noch zu mauern ich bin ja mal für mich selber gespannt weil ich schaffe das gebäude dann komplett fertig zu machen wenn man nur an den kuhstall denken ich werde ich schon mit den nächsten gebäuden an aber der kuhstall ist noch nicht fertig wie gesagt ich bin momentan noch nicht so ganz sicher ob ich das wie ich das mit dem glas macht weil es schon eine riesenfläche was ich dann glas braucht dass ich das vielleicht hier komplett mache sehe ich noch ein aber ob ich das davon ja auch so macht keine ahnung auf jeden fall haben wir jetzt schon mal ein sehr massives gebäude muss ich mir mal schnell das anschauen habe ich glaube also es wäre es wäre schlimm wenn man das eine glas einschmelzt ja wobei nein ich habe nichts gesagt kann ich denn das kiel glas weit stand glas jawohl kann ich weil ich hätte nämlich gerne zwei arten von glas ich möchte dass das dach gräulich wird und das seiten glas bläulich bläulich und bläulich das heißt ich werde es dann noch ein pinsel brauchen weil den glaube ich habe ich noch nicht und ich werde auf jeden fall auch die voll blöcke nehmen und keine glas scheiben auch wenn ich da was sparen könnte man muss nicht an bei seiner person sachen muss man nicht sparen schau mal wie es meinem strom geht geht es nicht mehr so gut auch die turbin haben nämlich das arbeiten aufgehört ist jetzt brauchen wir noch hätte gesagt können wir vielleicht noch wenigstens den pinsel basteln aber der aloice melder den kann ich dann irgendwann definitiv abbauen da kann ich mir dann den extrakt erholen weil ich glaube den habe ich noch nicht als lv maschine und so viel platz habe ich auch nicht mehr weil laser engraver oder oder wie das ding wieder heißt es gibt noch zwei maschinen die wo eigentlich sehr sinnvoll werden zu machen und wenn man gespannt wie lange das jetzt brauchen so weit aufzuheizen dass da wir das team auftaucht und die batterien wieder aufzuladen und die arbeiten nicht mehr vor ich glaube es arbeiten nur noch die zu nein eine zentrifuge arbeitet noch vorhanden hervorragend ok aber genau pinsel pinsel den pinsel will ich noch haben den pinsel will ich noch mal ja dass ich den habe ist mir klar ich bin mir noch nicht sicher ich mache ich mache mal ich mache mir wieder das verbotene ich habe mir mal wieder das hören an ich schaue nämlich jetzt erstmal hier nach ob ich eventuell schon einen pinsel überhaupt habe hätte sein können dass ich einen kriege oder so oder vielleicht dass ich mich kenne und ich hätte einen gebaut ok das heißt ich brauche auf jeden fall paintbrush das heißt ich brauche rufen hatten hat natürlich wieder super geklappt weil ich mal wieder die falsche taste gedrückt habe nein das nicht dass da t da haben wir drei stück dann mal weg dann kommst du dahin da hin und ich habe mein pen brush das ist schon mal wichtig und jetzt habe ich dann noch bitte einen extractor dankeschön oder eine teil 2 wenn dann muss man das richtig auskosten eigentlich möchte jetzt muss nicht sein das ist dann einfach nur länger dauert weil ich vorlaufen wieder zurück ich muss den da abbauen dann brauchen wir mal die sieben das team alloy smelter und den plasma arg habe ich nicht aber ich hätte aber habe in arg und dann pressen wir jetzt einfach mal rein und dann haut der mir ein bisschen bronze raus wir sind glücklich dann brauchen wir jetzt light blue light blue light blue light blue oder grau das war was man blumen braucht was bist du für eine jetzt mal du bist die richtige wenn nicht doch light blue ist die frage kann dass der extractor macht er dann mir mehr draus das extra kann schon mal und dann wohl wollen zu wissen dauert nur ewig aber wir machen schon mal alles soweit bereit dass ich jetzt sozusagen nur noch die farbe braucht das heißt du kommst dahin und du hast es jetzt nicht geschafft oder was doch du hast es nur nicht geschafft sein steam auszustoßen ist gut dann heißt es jetzt leid light blue light blue stained glass moment tinker es aussieht gibt es das zinger glas nicht in bunt weil ich hier eigentlich sehe light blue stained glass doch passt doch steht das sogar tinker ist drunter blind so das heißt jetzt für mich aber ich habe schon mal das blaue glas da dann machen wir das hier schon mal zu und wie ich das hier mache weiß ich noch nicht ich bin doch noch mal eins aus dann hier sozusagen acht stück haben wir noch hätte gesagt wir fangen an da die fenster bereich noch zu bauen auch das heißt da kann zwar eine spinne durch aber das ist mir dann relativ das heißt für mich ich darf jetzt darf mich jetzt freuen darf jetzt blumen ich brauche davon noch ein paar ich werde auf jeden fall auch glas herstellen müssen schau mal schnell noch nach was das für eine farbe ist ich vermute nein ist auch laut light blue ok also es hat alles was blau ist glaube ich haben auf jeden fall schon mal genügend glas und dann wächst halt peu a peu jetzt dann der der bereich zu damit man halt nicht mehr in das gebäude von außen eindringen kann und ich habe gesagt das mal auf jeden fall so ja dann lasse ich das so wäre es noch schön wenn ich die sieben stück noch fertig kriegt weil dann machen wir das noch nicht ganz immer glücklich und zufrieden dass man wenigstens den eingangsbereich schon mal soweit zu haben auf den kann jetzt auch nur warten der haut zu 90 prozent fertig das sind jetzt mal 28 glas da ist mir nur das wichtige dass ich jetzt am an denn den eingangsbereich zu machen okay dann habe ich gesagt ich habe jetzt meine tür auch gar nicht mal so übel aus finde ich auch dicht heißt aus der seite kann schon jetzt keiner mehr rein laufen da wird es halt dann ist glas auch noch entlang gelegt dann geht es dann halt stufenweise rüber und hinter dann habe ich denn noch türen da ein das heißt sie muss mir mal türen organisieren vielleicht habe ich die noch vorne ist da was einmal ist kein mal zweimal ist einmal zu viel und dreimal ist ich sage es ja nicht so ich tippe mich ja auch das sieht man ja das sieht man ja wenn ich was wegen öfters was macht ich muss mal schnell hin und her dann laufe ich auch nicht vor und zurück sondern der ptp ich mich auch oder wenn ich jetzt mal sage ich gehe mal schnell nieder genau schau ist die batterie fertig da laufe ich auch nicht hin die illusion kann ich euch nehmen dass ich das tue aber wie gesagt das meiste laufe ich hier wirklich also können wir mal schnell gucken ich bin mittlerweile 1178 kilometer gelaufen also ist schon ein bisschen was ne dann machen wir jetzt doch schnell wenigstens die zwei türen da kann ich nämlich dann auch wirklich sagen von vorne ist zu und dann wie gesagt peu a peu gehen wir weiter nach hinten der nacht und wir sind dann zufrieden schau doch nicht schlecht aus oder 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 sagt ihr auch sagt ja auch das ist gut schreibt nochmal in die kommentare wer das gebäude findet hier und da sogar noch eine idee was man halt machen kann wenn er auch gerne auf dem discord kommen gibt es einen channel der müsste der scorpion heißen da könnte wir dann auch mal was posten wenn ihr da ideen habt aber ich hätte gesagt ich bin jetzt komplett zufrieden das heißt es kommt da definitiv noch hier jemand rein da haben wir auch zugemacht da hinten aber da 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 werde ich also auf jeden fall erstmal glas bunkern und dann mal gucken was da insgesamt moment moment können wir auch gleich unsere picket testen sehr schön hat funktioniert und gleich ist glas wieder eingepackt aber ich habe gerade gesehen ich habe glas aber ich habe gerade gesehen ich habe glas vergessen hier den stacks glas drauf minimum und wie gesagt dann müssen wir auch noch jetzt dann die sachen reinbauen die technik einbauen aufzüge bauen wir werden wir werden begeistert sein wir werden begeistert sein so ja dann haben wir auch wirklich jetzt alles geschafft was wir schaffen wollten in zwei folgen das finde ich nicht schlecht und ja dann wünsche ich auch noch viel spaß mit weiteren videos und wir sehen uns das nächste mal bis dahin Bis im nächsten Mal Ciao 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 Woo Ciao Untertitelung des ZDF, 2020